Musik Ich hab jetzt dann nachher dort die Route ein bisschen parallel zu der Hauptverkehrsstraße hier kommt auf so einer kleinen Wegenstraße wo ich denke, dass man ein bisschen höher fährt und dann besser aus läuft sie parallel hier siehts Knappwechsel die Berge sind schön hier 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 2 Grad hier 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 2 Grad hier 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 Wir haben jetzt die Bilder des Wolfentums hinter uns gelassen. Wir haben jetzt die Bilder des Wolfentums und die Bilder des Wolfentums und die Bilder des Wolfentums. Untertitelung. BR 2018 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 igare Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020